In Frankfurt konnten viele Kinder gerettet werden vor den Nationalsozialisten. Sie wurden zumeist nach England gebracht und dort von Pflegeeltern in Empfang genommen. Und die Rettung hat natürlich eine sehr dunkle Seite und das ist die Trennung von den eigenen Eltern, die sie meist nie wieder gesehen haben. Die meisten Eltern wurden in Konzentrationslagern der Nationalsozialisten umgebracht und diese Kinder blieben oft traumatisiert für ihr ganzes Leben. Und das Mahnmal, das wir jetzt in Frankfurt errichten werden, spielt auch mit dieser Ambivalenz, die in dieser Geschichte natürlich steckt. Es ist ein Karussell, ein Karussell, das sich aber kaum bewegen lässt. Es ist kein Spielzeug, es sieht nur aus wie ein Spielzeug und hat befremdende Elemente, die dazu auffordern, sich mit dieser Geschichte zu beschäftigen. Wir freuen uns, dass wir in Frankfurt ein Mahnmal haben werden, das an dieses traurige Kapitel der deutschen Geschichte erinnert, das dazu auffordert, mit den Kindern, mit den Eltern zu fühlen, die sich trennen mussten, hier in Frankfurt. Und es ist wichtig, dass wir daran erinnern, es ist wichtig, dass wir diese Geschichte nicht vergessen. Um dieses Kunstwerk, dieses Mahnmal finanzieren zu können, haben wir als Stadt erhebliche Mittel in die Hand genommen. Es fehlt allerdings noch ein Betrag und deshalb haben wir ein Spendenkonto eingerichtet. Ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie sich daran beteiligen würden, wenn Sie spenden würden und sei es ein noch so kleiner Betrag. Wir freuen uns über jede Zuwendung. Ich bedanke mich an dieser Stelle schon mal ganz herzlich für Ihre Spende. Den Link zu diesem Konto finden Sie an Bayern neben dem Videostatement, das Sie sich gerade anschauen.